Tja, das war's. Eine deftige Niederlage und ein halbes Tor für Lukas Podolski. Durch diesen Eintritt, durch diese Vorbereitung. Podolski, auch einer der Gewinner dieses Spiels. Einmal getroffen und großartig eingeleitet. Vorbereitet. Vers 3 zu 0. Müller des Chipperfields, dem ehemaligen Busfahrer. Ausunterfliegt Schwarzherrige, die wir nicht kriegen. Ausunterfliegt Schwarzherrige. Ausunterfliegt Schwarzherrige. Ausunterfliegt Schwarzherrige.